Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man diese coolen Haare hinbekommt. Ich habe meine Haare gerade frisch gewaschen, das heißt, die sind auch frisch geföhnt und deswegen schon so ein bisschen voluminös. Und solange die Haare noch ein bisschen warm sind nach dem Föhnen, werde ich mir diese Lockenwickler reindrehen. Ganz nass dürfen sie auf gar keinen Fall sein, weil wenn ihr sie wieder aufmacht, dann hängt euch alles wieder runter. Es nimmt nichts an, weil nasse Haare natürlich total schwer sind. Auch so würde ich euch nicht empfehlen, viel Produkt in die Haare reinzumachen, weil es macht die Haare auch schwer. Sondern, ja, Shampoo-Spülung und dann einfach Föhnen und solange sie eben noch warm sind, diese Dinger reindrehen und ich zeige euch, wie ich das mache. Wichtig ist natürlich, dass die Haare komplett durchgekämmt sind, damit wir keine Beulen haben. Wenn ich das habe, fange ich von vorne an. Und zwar trenne ich mir mit Daumen, ich gehe ungefähr hier hoch, die erste Strähne ab. Und die halte ich so nach vorne, käme auch nochmal durch. Dann nehme ich so einen Lockenwickler, lege den drauf. Lege die Spitze auch noch. Also die Spitze muss richtig schön draufliegen, kein Knicks irgendwo lassen, weil später werden wir genau diesen Knicks dann auch sehr sehen. Vor allem die Strähne vorne, da muss man super vorsichtig sein. Und dann drehe ich mir das weg, weg vom Gesicht. Und wenn ich das schön hier drin habe, dann kann ich das manchmal auch einfach so lassen. Wenn ihr dünne Haare habt, dann könnt ihr das auch einfach so lassen. Aber bei mir werde ich so einen Klipser reinmachen, um sicher zu gehen. Und zwar so einen. Die bekommt man auch ganz günstig auf Amazon. Und ich habe so ein 100 Stück packt. Und dann klemme ich mir das hier so zu, damit mir das nicht aufgeht. Und das gleiche mache ich hier komplett den Kopf runter. Und haltet die Strähnen immer schön weit nach oben, damit wir auch Platz haben. Weil wenn ihr die nach unten haltet oder so zur Seite, dann seid ihr irgendwann hier unten. Und die Haare, die noch übrig bleiben, haben gar keinen Platz, um eingedreht zu werden. Deswegen immer schön nach oben halten die Strähnen. So, und die Haare, die mir an den Seiten geblieben sind, die drehe ich mir auch weg vom Gesicht. Und ich beginne auch wieder ganz vorne, gehe mit dem Daumen hoch. Dann nehme ich das so ab. Dann käme das natürlich wieder schön ordentlich. Ich gucke mal nach oben, damit ich mich sehe. In der Kamera. So, danach nehme ich wieder so einen Wickler. Halte die Strähne schön stramm, dass ich die Spitze hier drin habe. Und dadurch, dass die Lockenwickler, die diese kleinen Knoppen haben, die hier so abstehen, dadurch halten die Haare dort eigentlich ganz gut. Und das drehe ich mir bis zum Haaransatz weg. Und die Spangen, die ich mir dazu klemme, um das Ganze festzuhalten, klemme ich auch so nah wie möglich am Haaransatz dran. So, damit mir das nicht aufgeht. Und wenn ich das alles habe, dann schaue ich, ob sich alles fest anfühlt, ob alles stabil ist, schön bis zum Haaransatz hochgedreht. Zum Beispiel kann ich auch zwei zusammenklemmen, so wie hier, falls sich das noch besser anfühlt, noch stabiler. Dadurch eben, dass diese Dinger so leicht sind und wenn man jetzt nochmal mit der heißen Luft drüber geht, also nochmal mit dem Föhn, dann wird die Luft schön überall zirkuliert und danach wartet man ungefähr 15-20 Minuten, bis die Haare wieder abkühlen und dann kann man sich alles wieder rausdrehen. Ich habe meine Haare jetzt so 15-20 Minuten ungefähr gelassen und die fühlen sich auch schön abgekühlt an und jetzt nehme ich alle Lockenwickler raus. Ich merke auf jeden Fall hier mehr Schwung. unten in den Haaren, an meinem Haaransatz ist auch mehr Luft und ja, wenn ihr natürlich auch Stufen habt hier vorne, dann habt ihr schön die Strähnen, die euch hier so zur Seite fallen. Das, was man immer schön findet auf verschiedenen Bildern und bei anderen Leuten. So kann man sich super schnell schön Volumen in die Haare zaubern. Wenn ihr natürlich diese Lockenwickler in kleiner nehmt, dann habt ihr auch Locken an euren Spitzen. Wenn ihr natürlich die noch größer nehmt, dann habt ihr noch mehr Volumen am Haaransatz. Kommt auch drauf an, wie lang eure Haare sind. Aber ich denke, bei der Länge, beim Long Bob, ist es eigentlich optimal, schön Volumen zu bekommen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich sehr über Daumen nach oben und über eure Kommentare. Und freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao! Ciao!